Hallo? Ich hätte wohl keiner da zu sein. Hallo, ist irgendjemand zuhause? Oder... Möchtet ihr nicht mit mir reden? Ich glaube nicht, Michael. Ich glaube, die wollen nicht mit dir reden, weil die sich ausgetreten. Was hast du denn überhaupt gemacht? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das fehlt es die Frauen, das Geld und... Du weißt schon. Hm... Also... Was ist los, Michael? Was hast du denn? Ich bin mir sicher, dass hier irgendwo... Ich glaube, da ist... Ich habe da wohl nur eine alte Wodkaflasche liegen. Oh, weil ich? Ja, eigentlich schon. Was machst du mit der Wodkaflasche liegen? Ja, du trägst nichts. Das ist beim Kipptung für Länge halt. Ich weiß auch nicht. Moment. Wie konntest du reden, deine Lippen zu bewegen? Wie hast du das gemacht? Nein. Ah! Wie ist deine Stimme damit verändert? Das war gut. Jetzt zeigt mir noch mehr Tricks. Kann man damit noch... Spielen oder so? Warum ist das passiert? Ich hatte den Obsoloskop... Also, ich meine, ich hatte irgendwas angeschlossen im Fernsehen und dann funktioniert das einfach nicht. Ich meine, sie wissen, was ich meine. Michael, was ich weiß... Es ist einfach meine und du. Der ist weg! Verstehst du, Michael? Der ist weg! Du Arsch! Du... Du hast nur Sachen... Weg ist der Auto! Der hat eine Vermögen gekostet! Ah, Michael! Ich meine, wir können uns das zu sowas wiederholen. Ich meine, wir sind reich. Versteht ihr? Wir haben 10 Millionen Euro auf dem Konto. Also, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Nein, nein, nein! Das geht doch nicht, Michael! Das Geld ist fürs Ficken reserviert und für Drogen, Koks und Nutten! Verstehst du? Das geht einfach nicht! Ach, dass ihr immer über so eine Scheiße labern müsst, ey! Michael, schossen! Das ist keine Scheiße labern! Du laberst Scheiße! Was ist... Sag mal, Michael, ähm, wie der Situation mit dem Auto? Nein, das ist Kids Steuereinheit! Wir müssen hier vernichten! Willst du das einfach vernichten? Einfach! Ich kann nicht einfach irgendwas vernichten, bevor ich es nämlich gespielt habe. Doch! Du musst es spielen! Michael, wenn du zuerst bist! Vergiss es! Du musst das Auto vernichten! Verstehst du was ich meine, Michael! Sie haben ein Auto unter ihrem Besitz! Hm... Ja, ich weiß! Es ist zwar unter ihrem Besitz, aber die haben nicht mehr die Steuereinheit! Also Kids ist nicht mehr an Bord! Pass auf! Ich zeige es euch am Computer! Was ist denn das für die Grafik? Ja, das ist halt PS2, das drin... Michael, das war eine... Der war eine... ...Kreparation! Die PS1 ist zwar für Sony, aber nicht die PS2! Guck, da könnt ihr sie bestellen! Warte mal! Ich weiß nicht, wie die Grafik aussehen würde! Naja, das lässt sich ja noch ändern! Das nennt man nämlich Xbox! Pass auf! Ich zeige es dir! Jetzt kommt die Xbox! George! Bring mir die Xbox rein! So, jetzt kommt gleich die schönste und beste Grafik von Night in the Street 2000! Ja, die würde ich euch alle gerne zeigen, aber George, konntest du sie nicht bringen! Also die Lämmen! Ja, okay! Ich glaube... Willst du uns verraschen? Mir stand auch ein Schwanz! Was ist das, Michael? Oh! Guck! Hier kommt! Xbox! Hallo, Michael! Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut! Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wenn... Dieses... Diese Gerät ist dafür, zu benutzen... Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass es Xbox ist! Doch! Das nennt man Xbox! Ja, das ist die Xbox! Jochenkil. All In Fly! All In Fly! All In Fly! All In Fly! G наблюдiert es uns 생활ichert ein Video!